Mein Name ist Johanna Bachmeier. Ich arbeite an der TU Wien am Institut für Fertigungs- und Hochleistungslesertechnik als Projektassistente. Ich komme eigentlich von einer sprachlichen AHS und hatte noch keinen Kontakt mit Technik vor meinem Studium. Den einzigen Kontakt, den ich hatte, war über meinen Vater, der hat Elektrotechnik studiert und hat zu Hause immer ein bisschen an Robotern gebastelt, was mich natürlich schon etwas geprägt hat. Die Lasertechnik ist in jedem Bereich zu finden. Was mich besonders interessiert, ist jetzt die Medizintechnik. Da gibt es bestimmte Möglichkeiten, Tumore zu zerstören mittels Laserstrahlung. Da hat man einen Laser in einer Wellenlänge, der sonst den Körper durchdringen würde. Und der wird aufgeweitet und dann steil fokussiert. Und nur im Fokuspunkt ist die Intensität so hoch, dass er den Körper beschädigen kann. Also beschädigen im Sinne von erhitzen und so gezielt den Tumor zum Beispiel zerstören kann. Meine Lieblingsbetätigung bei der Arbeit ist eigentlich die praktische Arbeit im Labor selber mit dem Laser. Das Einstellen, das Einbrennen, die ganzen Versuche. Alles, was im Büro sonst passiert, das passiert eigentlich mehr nebenbei, um irgendetwas zu planen. Aber die praktische Arbeit ist das, was mich am meisten fasziniert. Als Frau in einem technischen Beruf jetzt fühlt man sich auf jeden Fall sehr willkommen. Also besonders in dem Team, in dem ich hier arbeite, hat das sehr gut funktioniert. Es fällt natürlich auf, dass man die einzige Frau ist, aber man bringt auch neue Herangehensweisen und neue Sichtweisen ein in den ganzen Betrieb. Mein Tipp an euch, studiert, was euch Spaß macht. Dafür müsst ihr euch informieren, aber vergesst nicht, außerhalb von eurer Schule euch auch zu informieren. Lasst die Technik nicht außen vor. Wenn sie euch gefällt, ist sie ein wirklich spannendes Gebiet, mit dem man sich immer beschäftigen kann.